Rentenhammer! Wird die abschlagsfreie Rente mit 60 eingeführt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Der Petitionsausschuss des Bundestages hat mit den Stimmen der Ampelkoalition und den Linken empfohlen, dass das Bundesministerium für Arbeit prüfen soll, ob eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab dem 60. Lebensjahr eingeführt werden kann. Der Ausschuss befasste sich vor seiner Beschlussempfehlung am 25. Januar 2023 mit einer Eingabe eines betroffenen Bürgers. Dieser hält die Einführung einer abschlagsfreien, vorgezogenen Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab dem 60. Lebensjahr für dringend notwendig. Schwerbehinderte Menschen seien körperlich und seelisch erheblich mehr belastet als gesunde Menschen. So die Begründung des Petenten, der Verschleiß und der Abnutzungsgrad seien um ein Vielfaches höher. Gerade im Alter sei der Belastungsgrad eines Schwerbehinderten exponentiell höher, heißt es in der Petition des Bürgers. Der Petitionsausschuss stimmt der Eingabe des Petenten zu. Sehr erstaunlich. In der Beschlussempfehlung heißt es, eine berufliche Tätigkeit von Schwerbehinderten bis zur Regelaltersgrenze, insbesondere mit zunehmendem Alter, kann zu einem Leidensanstieg führen. Allerdings verweist der Petitionsausschuss auch darauf, dass es bereits einen erleichterten Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen gäbe. Schwerbehinderte Menschen können früher, vorzeitig oder regulär in Rente gehen als andere Altersrentner. Das ist auf jeden Fall bekannt. Und mit Blick auf die Situation von schwerbehinderten Menschen hält der Petitionsausschuss die vom betroffenen Bürger geforderte abschlagsfreie Rente für schwerbehinderte Menschen ab dem 60. Lebensjahr gleichwohl für erwägenswert, heißt es in der Mitteilung des Petitionsausschusses. Sollte es aber zu einer Einführung dieser besonderen Altersrente sogar noch abschlagsfrei ab dem 60. Lebensjahr kommen, würde dies nach aktuellem Rentenrecht dazu führen, dass eine Altersrente auch ohne Abschlag deutlich geringer ausfallen kann, als wenn der oder die Betroffene nach derzeitig geltendem Rentenrecht die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Anspruch nehmen würde oder später in Rente geht mit einer entsprechenden Regel Altersrente. Denn es würden ab Beginn der Rente mit 60 einfach Beitragszeiten fehlen. Das Armutsrisiko, welches ja bei kranken Menschen schon sowieso deutlich höher ist, würde dann dadurch noch mehr steigen, so meine Einschätzung. Daher müsste hier, wenn eine solche Rente mit 60 eingeführt wird, ein entsprechender Zuschlag zugunsten des Rentners oder der Rentnerin mit eingerechnet werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel